Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs sperren. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Sperrt, sperrte, hat gesperrt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich sperre. Du sperrst. Er sperrt. Wir sperren. Ihr sperrt. Sie sperren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich sperrte. Du spertest. Er sperrte. Wir sperrten. Ihr sperrtet. Sie sperrten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gesperrt. Du hast gesperrt. Er hat gesperrt. Wir haben gesperrt. Ihr habt gesperrt. Sie haben gesperrt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich sperre. Du sperrest. Er sperre. Wir sperren. Ihr sperret. Sie sperren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich sperrte. Du spertest. Er sperrte. Wir sperrten. Ihr sperrtet. Sie sperrten. Den Schluss macht der Imperativ. Sperre du. Sperren wir. Sperrt ihr. Sperren sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verbsperren. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal.